Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja heute möchte ich mit euch über den Bitcoin Pizza Day sprechen. Ich möchte außerdem mit euch über weitere brisante Prognosen des Bitcoins sprechen, die hier getroffen wurden und eben auch ein kleines Tool zeigen, womit man so ein paar Prognosen eben aufstellen kann. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal abonnieren. Und für alle, die sich eben im Bitcoin Bereich unterwegs befinden, der erste Link in der Videobeschreibung, der führt zu einem sehr sehr interessanten und tiefgründigen Buch, womit man eben die Blockchain und Dezentralisierung und ICO und so weiter ein bisschen besser verstehen kann. Und für alle Sammler, die eben auch den Bitcoiner immer allgemein lieben, hier nochmal eine kleine, ja wirklich tolle Sammlermünze, die jetzt eben auch ein gratis E-Book eben beinhaltet, womit man eben hier so ein bisschen über die Cryptocurrencies eben auch lernen kann. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Und ja, wir gucken uns natürlich jetzt erstmal den allgemeinen Kryptokurs an, beziehungsweise was hier auf dem CoinMarketCap so unterwegs, beziehungsweise sich so getan hat. Wir sind aktuell bei einem MarketCap von 141 Milliarden US-Dollar beim Bitcoin und der Preis pro Bitcoin liegt ungefähr bei 8.300 US-Dollar. Damit haben wir also ein bisschen an Fahrtwind verloren. Wenn wir uns nämlich das Volumen noch zusätzlich angucken, was in den letzten 24 Stunden getradet wurde, da sind wir nämlich auf 4,9 Milliarden US-Dollar weiter abgefallen. Das ist ja eine Tendenz gewesen, die wir sowieso gesehen haben in den letzten Tagen. Und ja, dennoch sind es knapp 3 bzw. 2 Milliarden im Vergleich zur letzten Woche. Ansonsten 24 Stunden Change, da sehen wir, dass aktuell minus 2,36 Prozent zu verzeichnen sind. Und wir sehen aber auch, dass alle anderen Cryptocurrencies auch so ein bisschen an Fahrtwind gerade wieder verlieren. Obwohl man sich natürlich nie sicher sein kann, wann hier wieder der Umschwung kommt. Und dennoch eine, denke ich, relativ gute Ausgangssituation und Position, um eben auch weiterhin gute Kursgewinne zu erreichen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken mit dem Bitcoin Pizza Day, den Pizza Day, den kennen wahrscheinlich einige von euch, vielleicht auch einige nicht. Und zwar geht es darum, dass am 22. Mai 2010 insgesamt zwei Pizzen für, ja, aktuell 83 Millionen US-Dollar gekauft wurden. Das ist eine ziemlich spektorkuläre Geschichte. Ich denke, jeder, der sich mal mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt hat, hat schon mal von der Geschichte gehört, dass jemand einfach mal, ja, unbedingt mit Bitcoins Pizzen bezahlen wollte. Was eben hier lustig in Anführungsstrichen dabei ist, dass eben der Bitcoin zu dem Zeitpunkt keinen Wert hatte. Und das war natürlich, ist jetzt im Nachhinein relativ lustig für uns. Für den Besitzer der Bitcoins war es natürlich nicht so lustig. Wenn man jetzt natürlich ungefähr acht Jahre weiter guckt, ja, dann haben wir natürlich einen dramatischen, ja, Wertanstieg hingelegt. Und wenn man natürlich nochmal daran denkt, was jetzt Ende des letzten Jahres so passiert ist, da hätte die Person knapp 200 Millionen US-Dollar eben gemacht mit eben insgesamt 10.000 Bitcoins. Das Schürfen der Bitcoins war ja anfangs deutlich einfacher, weil einfach auch der Schwierigkeitsgrad deutlich geringer war. Es gab viel weniger Leute, die eben gemeint haben und so. Und deswegen war das ein super lukratives Geschäft. Aber niemand konnte eben absehen, was überhaupt passieren wird in der nächsten Zeit. Und ja, wir sehen uns, wir können uns einfach mal den Artikel hier angucken. Und zwar gab es hier einen Forenbeitrag, bei dem der Entwickler Laszlo Hennig, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ja, die Bereitschaft dazu erkundet oder angekündigt hatte, mit 10.000 Bitcoins mehr als eine Pizza erwerben zu wollen. Ja, früher sehr, sehr unvorstellbar, dass man mit Bitcoins überhaupt irgendwas kaufen kann. Heutzutage ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wir bewegen uns in die Richtung, dass die Wall Street sich weiter damit auseinandersetzt, dass es Automaten weltweit gibt, wo man Bitcoins abbuchen kann und so weiter und so fort. Also wir sind hier richtig, ja, innovativ unterwegs. Und da zu dem Zeitpunkt 2010 konnte sich das einfach noch niemand vorstellen. Und ja, es wurde dazu aufgerufen, eben jemanden zu finden, der eben eben zwei Pizzen verkauft. Und es gab jemanden, der tatsächlich das gemacht hat und dafür gab es dann eben 10.000 Bitcoins. Und das war so die erste Transaktion, die es weltweit gab für eine Ware. Und ja, es ist natürlich unvorstellbar heutzutage. Wenn man sich das jetzt überlegt, ja, hier wird noch von 7.100 Dollar gesprochen, oder Euro sind es ja in dem Fall. Aber wenn man davon ausgeht, aktuell 8.300 Dollar pro Bitcoin, sind das natürlich 83 Millionen Dollar, die da eben jetzt quasi verschenkt wurden. Früher war die Euphorie hoch. Das sieht man hier auch, was hier mit eingetragen wurde. Ich verlinke natürlich den Beitrag, dann könnt ihr euch den Forenbeitrag auch nochmal in Ruhe angucken, der hier auf bitcointalk.org eben hinterlegt ist. Und da gab es dann einige Leute, die dann sehr hysterisch darüber waren und ja, dann gratuliert haben und so weiter. Und den neuen großen Meilenstein eben gefeiert haben und so weiter. Also sehr, sehr positiv die Stimmung zu dem Zeitpunkt. Und heutzutage würde man sich einfach an den Kopf fassen und würde sich denken, oh mein Gott, 10.000 Bitcoins. Also damit ist man Multimillionär und von daher, warum hat er das gemacht? Und ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass man eben ein bisschen was Neues ausprobieren wollte, experimentell unterwegs war und so weiter. Und ja, dass es dann eben so weit ging, das konnte halt keiner ahnen und das ist halt hoch spekulativ. Aber dennoch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Heute ist quasi das 8-jährige, also der 8-jährige Jahrestag quasi, das Pizza Days, der wie gesagt am 22. Mai gefeiert wird. So und dann kommen wir nochmal zu einer weiteren Aussage, die hier von dem Gründer von McAfee, einem Virenschutz, ja, getroffen wurde. Bitcoin 2020 bei einer Million. Ja, ich weiß, wir haben in den letzten Wochen auch einige Prognosen uns angeguckt von vielen verschiedenen Leuten. Und der McAfee-Gründer John McAfee ist halt ein bisschen, ja, sagen wir mal, ja, schillernd unterwegs. Hier wird auch von einer schillernden Persönlichkeit gesprochen. Er ist sehr, sehr offen, was seine Prognosen angeht. Er übertreibt aus meiner Sicht ein bisschen, obwohl es natürlich wünschenswert wäre, wenn wir eine halbe Million oder eine Million Dollar erreichen würden. Aber realistisch gesehen bis 2020 ist es vielleicht nicht unbedingt. Und er hat eben auch die Aussage getroffen, if not, I will eat my dick on national television. Ja, was also, ich glaube, verständlich für jeden ist. Und damit versucht er natürlich auch so ein bisschen wieder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er hat sich dann eben diesem, also er hat dann quasi versucht, eine Prognose aufzustellen. Und das dann eben auch mit entsprechenden Daten versucht zu unterlegen. Er behauptet nämlich auch, dass er Doktor in Point-Set-Topologie ist. Was das genau ist, da bin ich mir persönlich nicht ganz sicher. Aber letztendlich ist das, beziehungsweise hat er hier eine Prognose benutzt oder ein Modell benutzt, womit eben auch der Dow Jones berechnet wird oder der DAX. Und deswegen hat er dann eben gedacht, dass es eben die richtige Variante wäre, um eben hier auch den Bitcoin zu bestimmen. Ich habe hier auch die Seite mal aufgemacht, fnordperfect.de. Und hier hat man dann die Möglichkeit, sich so ein bisschen die Prognose mal anzugucken. Ja, das sehen wir nämlich hier. Bitcoin Price Prediction Tracker. Und da geht es eben darum, der Bitcoin, ein Bitcoin soll dann irgendwann eine Million wert sein. Und ja, wird er eben die Wette verlieren. Da haben die also jetzt eine ganz interessante Seite aufgebaut. Man sieht eben hier den Start bei dem 17.07.2017 und dann bis zum heutigen Zeitpunkt. Und wir sehen hier quasi, dass wir teilweise eben hier über der Prognose auf jeden Fall lagen, aber jetzt eben so ein bisschen, ja, drunter liegen. Ein bisschen ist gut, ungefähr 1.800 Dollar oder 1.900 in dem Fall. Und wir sehen eben, dass es dann theoretisch weitergehen müsste. Und wenn wir uns mal den Graphen angucken, dann können wir natürlich hier auch noch ein bisschen zurückgehen. Dann sehen wir hier auch natürlich, wo der Bitcoin mal gestartet ist und wo dann mal ein Crash kam und so weiter. Und wenn wir dann natürlich nach vorne gehen, dann sehen wir hier diesen roten Balken, der quasi die Prediction bedeutet. Und ja, es ist natürlich schon ein bisschen verrückt, wenn man sich das hier anguckt. Wir haben dann hier 2019, sollen wir bei 30.000 US-Dollar sein pro Bitcoin. Und das geht dann halt auch immer weiter. Und dann kommen hier ganz abstrakte Zahlen. Ja, das ist dann hier 2020 bei über 100.000 Dollar. Und ja, wenn man dann hier bis ans Ende geht, dann hätten wir theoretisch innerhalb von, ja, zwei Jahren, hier am 31.12.2020 insgesamt eine Million Dollar pro Bitcoin erreicht. Aktuell ist der Bitcoin aber, ja, 17,15 Prozent hinter diesem aktuellen oder dem predicteden Wert. Und ja, die Seite könnt ihr euch mal angucken. Ihr habt ja auch ein paar Parameter, mit denen ihr rumspielen könnt und so weiter. Vor allem eben auch, wie das Ganze, ja, aufgebaut wurde. Man kann hier auch die anderen Predictions benutzen, um sich das anzugucken, was die anderen gesagt haben, die hier eingepflegt wurden. Sicherlich gibt es hier auch weitere Personen, die eben auch hinterlegt werden, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, wohin die Prognose geht und warum und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Hier kann man ein bisschen rumspielen. Hier sieht zum Beispiel die Prognose eben nur noch vor, dass wir 3,26 Prozent hinter dem aktuellen Wert sind, beziehungsweise die Prediction halt einfach vor dem aktuellen Wert ist. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Ganz lustige Spielerei, um hier sich mal ein bisschen das anzugucken. Wie gesagt, hier sind auch auf jeden Fall die ganzen Formeln und so weiter hinterlegt. Und natürlich auch die ganzen Erklärungen dazu. Ja, ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass solche Sachen eben auch ein bisschen visueller dargestellt werden. Und ja, was denkt ihr? Ist das tatsächlich etwas, was sehr realistisch ist? Und vor allem, was hättet ihr denn mit 10.000 Bitcoins eigentlich gemacht? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ansonsten hat euch dieses Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig übernommen, einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.